Dieser zur Unfallverhütung konzipierte Nachrüstsatz für Motorräder wurde von TFK Engineering entwickelt. Die technischen Details sind vertraulich, aber wir zeigen Ihnen die wichtigsten Eigenschaften des Prototyps. Der integrierte Computer überwacht die Radumgebung mit Hilfe von Video- und Datenübertragung. Das Programm sucht fortlaufend nach Risikofaktoren wie zum Beispiel Fahrzeuge und Fußgänger und analysiert tausende von potenziellen Gefahrensituationen. Es prüft an einer Kreuzung zum Beispiel, ob ein Autofahrer sie gesehen hat. Die ermittelten Risiken werden an einen außen am Fahrradhelm angebrachten Empfänger übertragen und der Fahrer sieht auf einem im Helm integrierten Display, wo und worin die Gefahr besteht. Das Auto fährt auf die Kreuzung zu, ohne dass der Fahrer prüft, ob sich ein Motorradfahrer nähert. Das Fahrrad erkennt dies als potenzielle Gefahr und warnt seinen Fahrer rechtzeitig. Wir können die Aufnahmen aus dem Helmsystem herunterladen und Ihnen genau zeigen, was der Fahrer gesehen hat. Dann mal los, Karl! Komm, es hat! Oh nein! Es hat Karl am Wett! Schnell, ruhig jemand an! Mensch, komm nachher! Mensch, komm nachher! Ich mache sie. Was ist klativ, du schon bist im Hintergrund? Vielen Dank.